Das Erzbestum Westminster ist eine in Großbritannien gelegene Erzdiözese der römisch-katholischen Kirche mit Sitz in London. Es umfasst alle Stadtbezirke des Verwaltungsgebiets Groß London, nördlich der Thamesse und westlich des Rivalia und die außerhalb Londons gelegenen Bezirke Steins, Sunbury on Thames und Hertfordshire, Geschichte. Schon 1540 bis 1550 existierte ein von Heinrich VIII. geschaffenes anglikanisches Bistum Westminster an der Westminster Abbey, dessen einziger Bischof Thomas de Abbey war. Um 1622 wurde das Apostolische Vikariat England errichtet. Am 30. Januar 1688 wurde das Vikariat in die vier Vikariate mit Linkdistrikt, Westerndistrikt, Nord-, Andistrikt und Londondistrikt aufgeteilt. Am 29. September 1850 wurde mit der Zirkumskriptionsbulle Univers Alice Ecclesier die katholische Hierarchie in England wiederhergestellt und das Vikariat zur Erzdiözese und Kirchenprovinz erhoben. Die sich heute neben dem Erzbistum in die Suffragan-Bistümer Brentwood, East Anglia, Northampton und Nottingham gliedert. Den Namen des Londoner Stadtteils Westminster anstatt Eichdiözese of London trägt sie, weil ein Gesetz von 1830 untersagte, den wieder entstehenden römisch-katholischen Diözesen die Namen der historischen Diözesen der Church of England zu geben, Kathedrale. Die Bischofskirche von Westminster ist die Westminster Cathedral in der City of Westminster. Die zugleich auch katholische Hauptkirche von Wales und England ist Bischöfe.